Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo, mein Name ist Alex Demirovic. Ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Heute wollen wir über das Buch von Frigga Haug sprechen, die vier in einem Perspektive, Politik von Frauen für eine neue Linke. Vielleicht einige Sätze zunächst zu Frigga Haug. Frigga Haug ist im November 1937 in Mühlheim an der Ruhr geboren. 1957 hat sie mit ihrem Studium in West-Berlin begonnen. Seit 1965 ist sie mit Wolfgang Fritz Haug verheiratet. Beide sind diejenigen, die die Zeitschrift, das Argument ganz wesentlich seit Jahrzehnten prägen und tragen. Auch machen sie zusammen das historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus. Und Frigga noch im Besonderen hat eine eigene Redaktion gebildet zu einem historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus mit Blick auf feministische Fragen. Seit 1965 arbeitet sie an der Zeitschrift das Argument mit. Für die Texte, die in diesem Buch versammelt sind und für die Fragen, mit denen sie sich beschäftigt seit der Studentenbewegung, ist sicherlich wichtig, dass sie 1968 im Aktionsrat zur Befreiung der Frau aktiv war, aus dem dann 1970 der Sozialistische Frauenbund West-Berlin hervorgegangen ist. Bis 2001 war sie Professorin für Soziologie an der Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik. Davor schon und danach hat sie zahlreiche Gastprofessuren in einer Reihe von Ländern wahrgenommen. 2007 trat sie ein in die Partei Die Linke. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf diesen sozialistischen Frauenbund West-Berlin. In einem der Texte geht sie ausführlicher auf die Erfahrungen dieses Zusammenhangs ein. Der ist ohnehin prägend auch für die Auseinandersetzung um Fragen von sozialistischer Frauenbewegung, Verhältnis zum Marxismus, zum Feminismus. Denn das Buch, kann man sagen, ist auch mit den Aufsätzen, die darin versammelt sind, eine Art Erfahrungsgeschichte, eine Lerngeschichte von Frigga Hauks Auseinandersetzung mit den Erfahrungen in der Frauenbewegung im Verhältnis zum Feminismus, zur autonomen Frauenbewegung. Und lehrreich ist eben von ihr auch zu erfahren, dass die frühe Frauenbewegung, also jetzt die neue Frauenbewegung von 68, 69, 70 sich eben darin unterschieden hat, Frauen von Frauenbewegung und Feminismus zu sprechen. Also da auch ein Unterschied ist und der sozialistische Frauenbund dann eben das so organisiert hat, dass es eben einjährige politische Schulungen gab, in denen Frauen dann in Bebels, Engels, Lenin, Marx studiert und miteinander diskutiert haben. Und Frigga Hauk sich die Frage stellt, ja warum wurden wir eigentlich nicht mehr in diesem Zusammenhang? Und warum hat sich daneben dann doch so etwas wie eine autonome Frauenbewegung dann so gut entwickelt? Das Buch von Frigga Hauk ist sehr vielseitig. Auf viele Aspekte kann ich hier jetzt gar nicht eingehen. Aber ich finde es eben bemerkenswert, dass eben berichtet wird über Arbeitsforschung und die Frage Frauenarbeit am Computer oder die Entwicklung eines, wie sie schreibt, eines neuen Menschentyps durch die Reform der Agenda 2010. Und beeindruckend auch der Erfahrungsbericht, also eine sehr reflektierte Beschreibung ihrer eigenen Erfahrung im Zusammenhang einer Operation im neoliberalen Krankenhaus, genauso Fragen des Privatisierens, also Zeit für mich, also etwas, was ja in der Frauenbewegung immer wieder ein Thema war, auch eigene Räume zu schaffen, auch im privaten Bereich ein eigenes Zimmer für sich zu haben, eigene Zeit zu haben. Und das passt ja gut zu dieser Vier-in-Eins-Perspektive, dass sich ja dann eben auch diese Utopie vorstellt. Also 16 Stunden am Tag können wir über uns verfügen und dann könnten wir das eigentlich so aufteilen. Vier Stunden Arbeit im Sinne von, im engeren Sinne Erwerbsarbeit, Lebensmittelproduktion, vier Stunden politische Arbeit, Gemeinwesenarbeit, vier Stunden Arbeit im familiären Zusammenhang, also Kinder, Pflege, Haushalt und vier Stunden eben Muße zu haben, um für sich und an der eigenen Entwicklung zu arbeiten. Also so wird dann Vier-in-Eins-Perspektive ganz konkret. Offensichtlich war es eben eine Erfahrung, dass die Feministinnen sich versichern konnten, ihren Protest, ihre Auseinandersetzung, ihre Kämpfe um Emanzipation in den Grundlagen in ihrem eigenen Leben und Beruf zu finden. Also was eben durch den Satz ausgedrückt wurde, das Private ist politisch. Das ist eben ein Unterschied zu dieser eher allgemeinen politischen Schulung eben mit den Texten der Klassiker und dass eben Fragen der Vergewaltigung des sexuellen Missbrauchs der häuslichen Gewalt zum Thema gemacht wurden oder eben das sogenannte private Verhältnis zu den Männern in den Beziehungen und dass die autonome Frauenbewegung sich dann auch früh eben um die Frage des Consciousness Raising gekümmert hat, also die Erfahrung der eigenen Person, des eigenen Körpers, dass es um die Herausbildung von Beratungsstellen, Gesundheitszentren, Frauenschulen, Frauenbuchläden und so weiter ging. Und Frigga Haug thematisiert das, dass sie eben in den Spät-60er Jahren und frühen 70er Jahren durchaus kontrovers diskutiert wurde, weil dann, wenn man an die Frauenhäuser denkt, in die sich Frauen flüchten konnten, die Gewalterfahrungen machten in den Beziehungen, dass dann eben kritisiert wurde, dass es eigentlich eine staatliche Aufgabe sei und nicht Aufgabe selbstorganisierter Praxis feministischer Zusammenhänge. Also das heißt, es gab eine Distanzierung gegenüber diesen Handlungsmöglichkeiten. Genauso wurde dann diese Frage sehr kritisch diskutiert im Umfeld der Kämpfe gegen den Strafrechtsartikel 218, also den Abtreibungsparagrafen, in dem diese Gruppierung, an der Frigga Haug beteiligt war, also der Sozialistische Frauenbund, das offensichtlich so diskutiert hat, dass es sich letztlich um nicht mehr handeln würde, als ein Recht der Frau auf ihren Körper zu fordern, also letztlich ein bürgerliches Recht, wie es seit der französischen Revolution vertreten wurde. Und daraus resultierte dann in einer gewissen Weise die Skepsis, ob diese Art des Kampfes um die Selbstbestimmung mit Blick auf den eigenen Körper überhaupt eine angemessene Form des Kampfes der Frauenbewegung oder der feministischen Bewegung sei. Also man merkt, dass an wichtigen Stellen innerhalb der Frauenbewegung und der feministischen Bewegung Konflikte eben darum gingen, wie radikal oder wie weitreichend sollen die Ziele der Frauenbewegung bestimmt sein. Das Bemerkenswerte an dem Buch ist, dass Frigga Haug eben diese Erfahrungen, die in den 60er und frühen 70er Jahren gemacht wurden, zum Thema auch selbstkritischer Überlegungen macht. Also deswegen ist dieses Buch eben auch eine wirkliche Lerngeschichte, dass es ihr eben darum geht, die eigenen verengten Perspektiven zu thematisieren und zu kritisieren, weil sie eben annimmt, dass es so etwas gibt wie eine alltägliche Vermittlung von Herrschaft, also patriarchaler Herrschaft und dass es eingeht in die gewöhnliche Lebensweise, die Menschen, eben dann Frauen, in ihren alltäglichen Praktiken vollziehen. Das Buch versteht sich in diesem Sinne auch als ein Kompass, um auf eine neue Perspektive des Kampfes hin zu argumentieren und dabei thematisiert sie diese Probleme der Gegensätze, in denen die Frauenbewegung, feministische Bewegung der 70er Jahre befangen war, um genau diese Widersprüche einzuholen, zu thematisieren, zu reflektieren und dafür auch Vorschläge zu machen. Das, worum es ihr also geht, ist genau genommen eine Utopie zu entfalten, eine Gesellschaft ohne Entfremdung, wie sie sagt, und einer politischen Kunst Widersprüche zum Thema zu machen und einen Neuanfang für linke Frauenpolitik vorzuschlagen. Für diese Politik, neue Frauenpolitik, neue linke Frauenpolitik, sozialistische Frauenpolitik, geht es um eine Politik von unten. Der Titel des Buches erklärt sich jetzt so, dass sie eben dieses Verhältnis von Frauenbewegung und Sozialismus versucht zu thematisieren und in ein Verhältnis zu setzen. Also, dass es sich eben zunächst mal bei Sozialismus, wie sie immer wieder betont, um einen Kampf gegen die kapitalistische Ausbeutung handelt und dieser Kampf eben im Wesentlichen von Männern geführt wird, also historisch geführt wurde und eben auch bis in die jüngste Zeit geführt wird. Also Frauen, wie sie an einer Stelle sagt, eher eine Art Gastrolle in diesem Kampf spielen, also eher am Rande stehen, also nicht beteiligt sind, wobei man sagen muss, und das wird auch in dem Buch angesprochen, dass ja seit den 70er Jahren die Arbeitsverhältnisse sich doch sehr weitreichend verändert haben. Auch die Hochschulen haben sich verändert, die Qualifikation, also die Prozesse, die bis dahin charakteristisch waren, sind eben doch dann stark verändert, wenn heute etwa die Hälfte der Studierenden Frauen sind, also praktisch eine Parität besteht oder wenn viele Frauen berufstätig sind, wobei sie ja zu Recht darauf hinweist, dass die Balance zwischen Arbeit und Haushalt, dass das eben politisch immer wieder doch so diskutiert wird, dass es vor allen Dingen darum geht, dass Frauen diese Möglichkeiten wahrnehmen und nicht unbedingt Männer eben auch dann zurücktreten, also in den Arbeitsprozessen, obwohl es ja, wie wir wissen aus empirischen Forschungen viele Männer gibt mittlerweile, die durchaus bereit wären, ihre Arbeitszeiten in der formellen Arbeit einzuschränken. Ja, die 4 in 1 Perspektive behandelt diesen Zusammenhang von Sozialismus, also Kampf gegen die kapitalistische Ausbeutung und auf der anderen Seite den Kampf gegen die Unterdrückung, die Ausbeutung der weiblichen Arbeitskraft des Arbeitsvermögens im privaten Raum, im familiären Raum, auch die sexuelle Gewalt, die Frauen in diesen Zusammenhängen erfahren, also diese beiden Bereiche. Und insgesamt geht es hier um eine Erweiterung des Verständnisses des Gesamtzusammenhangs. Und so ist auch dieses Buch dann aufgebaut, dass es eben vier verschiedene Form der Verfügung gibt, die sie jetzt nicht unbedingt so dem Kapitalismus zurechnet, sondern eben unterscheiden will zunächst mal als eben eigene Herrschaftspraktiken, Verfügungsform, nämlich die Lohnarbeit, die Verfügung der Männer, über Frauen, die Abtrennung des Politischen vom Alltag, von den Subalternen, also die Stellvertreterpolitik, könnte man sagen. Und schließlich die Frage der konkreten Entwicklung der Individuen, also Erwerbsarbeit, Familienarbeit, politische Arbeit, Gemeinwesenarbeit und Fragen der Selbstentfaltung. Das sind sozusagen vier Bereiche, die eben nicht zusammengehen und die arbeitsteilig, könnte man sagen, voneinander getrennt sind und unterschiedlichen Logiken folgen. Und was das Buch machen möchte mit den Überlegungen, den vielen kleineren und längeren Analysen ist, die Grenzen, die durch diese Bereiche oder durch diese Verfügungspraktiken gezogen werden, diese zu überschreiten und eben sich nicht in einen dieser vier Bereiche, also die ökonomische Reproduktion oder die familiäre Reproduktion oder sich getrennt von der Politik zu verhalten, also diese Bereiche eben zu überschreiten und zusammenzufügen. Also das ist das, worum es geht, die politische Kunst, diese vier Bereiche zu verknüpfen. Eine zentrale Überlegung ist eben, dass es sich um eine umfassende Lebensgestaltung handelt und diese vier Bereiche gleichsam beweglich mit wie mit Scharnieren miteinander verbunden sind, historisch auch in immer neuen Verhältnissen zueinander stehen. Für Frigga Haug ist das ein zentraler Gesichtspunkt, weil sie aus den Diskussionen der Frauenbewegung heraus argumentiert etwas, was ja jetzt sehr verbreitet auch in der Intersektionalitätsdiskussion verhandelt wird, nämlich wie ist eigentlich das Gewicht dieser verschiedenen Bereiche zueinander, also kapitalistische Ausbeutung, familiäre Reproduktion, die politische Tätigkeit, wenn man so will, allgemeine Entscheidungen zu treffen und dann eben auch die individuellen Möglichkeiten, Muse zu genießen, also sich zurückzuziehen und sich auf die eigene Entwicklung, die Selbstentfaltung konzentrieren zu können. Haug diskutiert diese Frage eben kritisch, dass sie eben beobachtet, wie ihre eigene Organisation Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre unter den Druck gesetzt wurde von politischen Organisationen und auch Gewerkschaften, dass wenn die Frauen eben mit Plakaten auf Demos gegangen sind, alle sollen alles wissen, dass ihnen das dann nicht erlaubt wurde, diese Plakat zu zeigen, also dass es eben in der Tradition der Arbeiterbewegung, der sozialistischen Bewegung so etwas gibt, wie eine Art Wissenschafts- oder Wissensfeindlichkeit, eine Spaßfeindlichkeit, eine Autonomiefeindlichkeit und das immer mit der Vorstellung verbunden ist, man muss alle Kräfte darauf konzentrieren, den ökonomischen Kampf gegen das Kapital zu führen. Man kann natürlich jetzt darüber nachdenken, ist denn tatsächlich Kapitalismus, kapitalistische Produktionsverhältnisse nur bestimmt durch Kapitalverhältnis und nicht eben auch durch eine bestimmte Form des Staates, durch eine bestimmte Form von Familie, durch eine bestimmte Form von Kultur. Aber Frigga Haug sagt, sie will das gar nicht ableiten, sondern sie will diese Dimension von Herrschaft einfach nebeneinander stehen lassen und verbunden sehen, wie mit scharnieren und damit, dass es sich eben um Machtwirkungen handelt, die wechselseitig aufeinander einwirken und sich wechselseitig verstärken. Und deswegen geht es ihr darum, dieses Problem zusammenzudenken, also nicht jetzt einen Bereich zu priorisieren, also den Vorrang zu geben vor anderen, sondern eben die historische Dynamik dabei in den Blick zu nehmen, was ja bedeuten kann, dass in bestimmten Situationen ein Bereich dann doch wichtiger ist als der andere. Aber dass es eben nicht darum geht, das Recht auf Emanzipation, das Recht auf Gewaltfreiheit, das Recht auf den eigenen Körper, dass diese Rechte eben Kämpfe anstoßen können und dass es dann die Möglichkeit gibt, sie auch zu verfolgen, ohne sie zurückzustellen hinter andere Kämpfe. Das ist ja eine Erfahrung, die, also die spricht sie an, dass es immer wieder diese Diskussion um das Problem des Hauptwiderspruchs ging. Also gibt es eben doch dieses Primat des Kampfes der Lohnarbeit gegen das Kapital und sie rückt es eben zurecht. Damit wendet sie sich auch gegen eine bestimmte Form der feministischen Diskussion, die eben das Patriarchat in den Vordergrund rückt und also das Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital dann eben umkehrt und dann die Frauenemanzipation voranstellt. Ja, also was aus einem historischen Blickwinkel eine gewisse Plausibilität hat, zu sagen, naja, das Unterdrückungs- und Ausbeutungsverhältnis von Frauen durch Männer ist eigentlich historisch das Ältere, also viele Jahrtausende alt. Der Kapitalismus ruht da auf. Man kann eben auch mit Marx argumentieren, ja, das ist so tatsächlich, aber gleichzeitig eignet sich der Kapitalismus, die kapitalistische Produktionsweise genau dieses Unterdrückungs- und Herrschaftsverhältnis an und baut es in seine eigene Reproduktion ein. Dann wäre das gar nicht so gegensätzlich, aber Frigga Haug verfolgt diesen Strang nicht, sondern lässt, wie gesagt, das eher nebeneinander stehen, als eine Art dynamisches Verhältnis dieser verschiedenen Verfügungsformen zueinander. Also mit der Kritik eben auch an einer feministischen, patriarchatskritischen Position. Auch lehnt sie es ab, dass der Klassenbegriff erweitert wird, sodass eben dann auch die Hausfrauenarbeit eben unter Begriffen der Klasse gefasst wird. Also ich finde, dass sie das ganz richtig interessant auch stellt, diese Frage, was würde eigentlich das heißen, wenn Hausarbeit entlohnt würde? Wie würde das dann gemessen? Also wer würde dann diese Arbeitsleistung beurteilen? Wie würde das dann aussehen? Aber sie betont eben, dass es sich um Arbeit handelt. Also alle diese Sphären sind Arbeiten. Es geht eben um dieses Problem der Verfügung über weibliche Arbeitskraft, Gebärfähigkeit über den sexuellen Körper der Frauen. Es ist tatsächlich ein Problem, dass Marx und Engels, worauf sie sich immer wieder bezieht, diese Frage dann gar nicht im Detail verfolgt haben. Also es geht um die Produktion der Lebensmittel, so Frigga Haug. Das ist das, was im Zentrum der Analysen von Marx steht. Also die formelle Seite, im Doppelcharakter der Arbeit berührt eben die Verwertung dieser rationalen Tätigkeit, Lebensmittel zu produzieren. Und dem steht daneben die Produktion des Lebens. Das ist das, was Frigga Haug als Geschlechterverhältnisse, als Produktionsverhältnisse charakterisiert, dass eben Geschlechterverhältnisse Leben produzieren und Geschlechterverhältnisse dann in allen Bereichen des gesellschaftlichen Zusammenlebens wirksam sind. Also in Politik, Kultur, Kunst, Moral, Recht. Also alles das ist sozusagen von den Geschlechterverhältnissen durchzogen, geprägt. Und das denkt sie analog zu dieser Unterscheidung von Marx mit dem Doppelcharakter der Arbeit, dass es eben eine Überformung der natürlichen Komplementarität bei der Erzeugung von Kindern gibt. Also das heißt, es gibt diese primäre, natürliche Grundlage von Männern und Frauen, die gemeinsam Kinder zeugen und zur Welt bringen. Und das wird dann eben gesellschaftlich überformt und schafft eben gesellschaftlich spezifische, historisch spezifische Geschlechterverhältnisse, die dann eben ausbeutig und gewalttätig sein können, aber natürlich nicht müssen. Und deswegen ist es ein eigener Kampf, ein spezifischer Kampf, den Frauen führen eben gegen diese Art von Verfügung über ihren Körper, über ihre Arbeitskraft, die eben bei Marx und Engels gar nicht vorkommen. Die sprechen ja zwar die Emanzipation der Frauen an und sagen mit Fourier, dass das zum Maßstab auch der gesellschaftlichen Gesamtentwicklung werden muss oder das eigentlich der Maßstab der Emanzipation ist. Aber gleichzeitig kümmern sie sich nicht näher darum, sondern sagen, naja, wie sich die Arbeiterklasse reproduziert, also Kinder gezeugt und geboren werden. Das kann man sozusagen den Arbeitern dann selbst überlassen. Das scheint erstmal evident, weil Marx, wenn er im Kapital diese Studien zur Kenntnis nimmt, also die Parlamentsberichte, tatsächlich es zu so etwas kommt, wie zu einer Verwahrlosung der Frauen, der Kinder, also Familien eben gar nicht entstehen können, weil die Arbeiterinnen, die Arbeiter gar nicht über genügend Einkommen verfügen, um Familienbildung tätigen zu können. Gleichzeitig ist das aber eben auch seit den 1830er Jahren Gegenstand einer umfangreichen bürgerlichen Politik, die interessanterweise bei Marx gar keinen Eingang findet, nämlich in den ganzen Reformfabriken und Reformbesiedlungsprojekten eben moralische Erziehung, schulische Erziehung, also zu bestimmten Qualifikationen, zu einer bestimmten Arbeitsmoral zu entwickeln und dann natürlich eben auch zu verhindern, dass die Frauen sich um die Kinder nicht kümmern, kommt es auch zu einer Familiarisierung der Arbeiter, Arbeiterinnen. Insgesamt ist interessant, eben Frigga Haug weist darauf hin, dass es eben diesen Bias gibt, dass Marx immer wieder doch, wenn er von Arbeiterinnen redet, eigentlich immer männliche Arbeiter vor Augen hat und eben genau nicht diese vielen Frauen, die dann eben in den Fabriken arbeiten. Und man könnte das weiterspinnen bis in die Zeit des Ersten Weltkriegs, des Zweiten Weltkriegs, also der hohe Einsatz der Frauen in den Fabriken oder dann die ganze informelle Tätigkeit von Frauen auch unter den Bedingungen des Fordismus, also unter Bedingungen, unter denen Frauen dann eben doch enorm zusätzlich zum männlichen Einkommen hinzuverdient haben. Bemerkenswert ist ein Aufsatz in diesem Buch, den Frigga Haug als einen ihrer am meist diskutierten Texte bezeichnet, nämlich ein Text, in dem es darum geht, dass sie ja durchaus mit der Überlegung von Gramsci anspricht, Frauen Opfer oder Täter. Also die These vertritt, Frauen sind eben nicht nur Opfer, sondern sie tragen zu der Reproduktion der Verhältnisse bei, unter denen sie diese Gewalterfahrung und Ausbeutungserfahrung machen. Das heißt, sie sind selbst aktiv an diesen Praktiken der Unterdrückung beteiligt. Das wäre jetzt interessant, das ist ein kurzer Text, das wäre interessant, dem jetzt noch weiter in Analysen nachzugehen. Wie reproduzieren die Frauen eigentlich tatsächlich ihren Anteil an der Herrschaft, die sie erfahren? Also wie stärken sie Männer, diese Praktiken der Herrschaft, der Verfügung auch auszuüben? Für Frigga Haug ist vor allen Dingen interessant, dass es zunächst mal auf den Punkt hinzuweisen, dass es sich um eine Art Konsensprozess handelt, dass sie eben diese Verhältnisse durch ihre eigenen Praktiken ständig bestätigen, denen sie unterworfen sind. Das ist im Umkehrschluss auch wiederum wichtig für die Frage der Emanzipationspraxis, weil es dann eben auch darum geht, dass Frauen, das betont sie immer wieder, auch genau von sich aus diese Fähigkeit entwickeln müssen. Also die Politik muss von unten ausgehen, von den Selbsterfahrungen. Frauen sollen dann sich eben auch selbst darüber klar werden, in welcher Weise sie beherrscht werden, wie über sie verfügt wird, wo sie sozusagen mit daran wirken, dass ihnen das geschieht, ihnen entgegentritt, um sozusagen aus der eigenen Subjektivität heraus diese Prozesse zu verändern. Am Ende könnte man sagen, stellt damit Frigga Haug durchaus auch genau das Geschlechterverhältnis so in Frage, dass sie sagt, ja, wie werden eigentlich Männer und Frauen produziert? Also wie wird eigentlich Geschlechtlichkeit, nämlich Männlichkeit, Weiblichkeit erzeugt, damit Individuen genau in dieser Weise Verhältnisse reproduzieren? Das heißt, die Fragen gehen dann also sehr grundsätzlich an die gesamtgesellschaftliche Ordnung und das ist auch genau das, worauf ihre Überlegungen zielen. Es geht also um gesellschaftliche Ordnung in ihrer Gesamtheit und gleichzeitig betont sie, dass es nicht, die Konflikte nicht entlang einer Linie ausgetragen werden. Also es geht nicht um die Priorisierung, die Bevormundung, die Lenkung eines Gegensatzes, einer Auseinandersetzung, einer Emanzipation gegen eine andere. Es geht um Prozesse von vielen Orten her zu kämpfen, weil sie, wie sie sagt, Herrschaft eben auch streut, also eine zerstreute Praxis ist, also in alle Bereiche des gesellschaftlichen Raums hineinwirkt und insofern es eben auch viele Kämpfe erforderlich sind. Unter Feminismus verstehe ich die Einnahme eines komplizierten Standpunktes mit gleichwohl menschheitlich allgemeiner Perspektive. Vom feministischen Standpunkt wird die Ineinsetzung des allgemeinmenschlichen mit dem männlichen ebenso in Frage gestellt wie ihr Pendant, die Besonderung des Weiblichen als natürlich. Gleichwohl wird aus dieser zugeschriebenen Besonderung heraus selbstbewusst eine Perspektive entworfen, die beide Geschlechter einschließt. Sie kann nur vom Besonderen her formuliert werden, eben weil das falsche Allgemeine zurückgewiesen und durch wirklich Allgemeines, welches sich erst noch herausbildet, ersetzt werden muss. In dieser Weise ist Feminismus zugleich politische Utopie und hat seinen Ort jenseitig, wie er auch im Diesseits seine Schritte setzt. Ja, ich begrüße zum Gespräch über das Buch von Frigga Haug Katja Kipping. Hallo Katja, freue mich, dass du da bist. Hallo Alex, freue mich über die Einladung. Ja, sehr gerne. Sehr schön, dass wir über Frigga Haug und ihr Buch sprechen können. Ich ganz kurz zu deiner Person. Für die, die das vielleicht nicht wissen, obwohl ich glaube, dass alle das wissen, dass du Sozialsenatorin für die Partei Die Linke warst. Über mehrere Jahre, von 2012 bis 2021, Parteivorsitzende zusammen mit Bernd Rixinger und Rettungsschwimmerin bist du auch. Ja, wie kommst du und Frigga Haug? Ich habe mitbekommen, dass du mit ihr in Esslingen zusammen Spätzle geschabt hast. Ja, genau. Also was Frigga Haug und mich zusammengebracht hat, war gar nicht zuallererst die Begeisterung für Spätzle, sondern das war natürlich Friggas feministisches Wirken. Und als sich die Partei Die Linke neu gründete und es auch darum ging, fortschrittliche Politik ganz neu zu begründen, habe ich Frigga Haug kennengelernt. Sie hat dann ganz bewusst entschieden, einzutreten, auch weil sie selber es gestört hat, dass schon wieder die ganze Geschichte von Linken so stark auf einige Männer reduziert wurde. Und das Schöne ist, dass Frigga ja nicht nur eine kluge Frau ist, die viel eingreifend denkt, sondern dann auch gleich eine ganze Gruppe von Frauen sich um sie drumherum fand, die zusammen versucht haben, Programmdebatten aufzumischen. Und wir nannten uns die Dialektikfrauen. Genau. Wenn wir jetzt, wir haben dieses Buch als Bezug, würdest du denn sagen, dass es für eure programmatische Diskussion wichtig geworden ist? Also wie habt ihr das diskutiert? Oder wie diskutiert ihr es vielleicht auch noch? Ich meine, die Fragen sind ja alle weiterhin von Bedeutung. Das stimmt, die sind nach wie vor sehr aktuell und ich glaube, es ist auch eine Aufarbeitung von vielen unproduktiven Konfliktlinien, die es gab. Also wenn man so eine Ideengeschichte zurückschaut, gab es ja eine Zeit, wo man das Gefühl hatte, Feminismus und Marxismus stehen miteinander in der Frontstellung. Und man musste sich entscheiden, auf welcher Seite man steht. Und das war zu einer Zeit, wo ich jetzt noch gar nicht, wo ich noch viel zu jung war oder noch gar nicht da war, um mich an diesen Debatten zu beteiligen. Aber Frigga hatte jeweils ausgetragen in einer Zeit, wo man entweder gar nichts von beiden war und beides zusammen war sowieso für viele ganz unvorstellbar. Und sie hat das aber immer wieder weiterentwickelt, auch die Kontroversen produktiv gewendet. Und das war vielleicht, bevor wir zur 4M1-Perspektive kommen, das, was ich am Anfang ganz besonders stark von ihr gelernt habe und nicht nur ich, war wirklich Dialektik zu verstehen. Dass also die Dinge im Fluss sind. Das heißt jetzt nicht, dass man sich einfach hinsetzt und wartet, bis der Fluss das Richtige einen anspült, aber natürlich, dass man die Art, wie wir zum Beispiel Fragen stellen, überdenkt. Also nicht einfach so metaphysisch zu fragen, ist etwas gut oder ist etwas schlecht und sich darüber am Ende noch die Köpfe einzuschlagen, sondern eher zu fragen zum Beispiel, was können wir tun, was müssen wir tun, damit das und das gelingt. Anstatt zu sagen, warum verdammt nochmal gelingt uns das nicht und dann in kollektive Frustration zu verfallen. Und das fand ich sehr, sehr ermutigend und würde sagen, dass es in ganz vielen Situationen, wo ich eine Entscheidung treffen musste, wo ich auch mal ganz schnell reagieren musste in einer Talkshow oder oder, dass dialektische Denken mir sehr, sehr geholfen hat. Ja. Vielleicht, weil du das schon so als Stichwort auch damit reingenommen hast, finde ich, ist das ja eine interessante Frage. Eben Fricker haugt, die den Zusammenhang von Feminismus, sozialistischem Feminismus, was ja erst mal gar nicht so direkt zusammen geht, Marxismus, zum Thema macht und dann auch Geschlechterverhältnisse als Praxis begreift. Das würde mich interessieren. Wie ist das für dich? Also du warst ja lange sehr aktiv in der Politik, also ja im Bundestag auch lange als Abgeordnete und dann eben Vorsitzende. Also was heißt ein Geschlechterverhältnis als Praxis, also in solchen formellen Institutionen? Also in der Tat mein Zugang zu diesem ganzen Thema Geschlechterverhältnisse, Feminismus kam nicht zuallererst über Theorie, aber die Beschäftigung damit hat mir dann auch sehr geholfen, weil ich natürlich einfach auf Probleme gestoßen bin. Also das begann damit, ich war mit 21 jüngste Abgeordnete in Sachsen und die Artikel, die am Anfang über mich geschrieben wurden, die sind heute eine Fundgrube von Sexismo, sich erinnert mich, dass Fotografen, die mich fotografieren wollten, wo ich dachte, hey, ich bin ja hier nicht beim Bravo-Girl-Fotoshooting, ja, wie ich mich darstellen sollte. Dann ging es darum, ich habe dann bei einer Verkehrspolitik vor allen Dingen am Anfang engagiert und hatte halt immer so gar nicht viel Gewäse drum gemacht, aber habe halt einfach gegendert. Das wurde mir immer von der Pressestelle der eigenen Fraktion rausgekürzt, weil die fanden, das ist so unverständlich. Und ich habe aber gemerkt, dass auch in ganz konkreten Feldern wie der Verkehrspolitik es schon auch ein bisschen Unterschied macht, aus was für einer Perspektive schaut man, weil, um das mal ganz runterzubrechen, die Wege von Personen, die eher klassisch die Rollen von Frauen in der Produktion, in der Aufgabenverteilung haben, sind viel vielfältiger, kürzer, immer wieder hin und her, sind also viel mehr darauf angewiesen, dass es ein funktionierendes, guter öffentlichen Personennahverkehr gibt, dass es Sicherheit gibt in den Angeboten des ökologischen Umweltmobilitätsverbundes und, und, und. Also das war so mein erster Zugang zu dem Thema, plus dann sozusagen, was man dann erlebt als junge Frau mit Medien und in der Politik. Und es gehört jetzt nie zu meiner Art, mich darüber groß zu beschweren, sondern mich dann immer einfach mit anderen Frauen verbündet, um auch da kräftig dagegen zu halten. Und ich fand es sehr, sehr wohltuend, das Ganze da nochmal auch ein bisschen theoretisch fundierter zu behandeln und zu schauen, was sind eigentlich die Wurzeln dafür. Also, dass man nicht nur am Oberflächenphänomen hängen bleibt, sondern schaut, wo sind die Wurzeln. Und da bin ich vollkommen bei Fricka Haub, wo die natürlich sagt, das liegt in der Art, wie die unterschiedlichen Tätigkeiten verteilt sind. Und das hat was damit zu tun, natürlich auch wie im Kapitalismus Bewertung stattfinden. Also die Produktion von Gütern schafft natürlich Mehrwert und wird deswegen hoch eingeschätzt, währenddessen die Produktion von Leben. Was ist, was so nebenbei passiert? Das war klassischerweise eher der weiblichen Sphäre zugeordnet, also zumindest weiblich gelesenen Personen zugeordnet und hatte damit immer eine ökonomische Geringschätzung drin. Und da muss man ran. Ja, ich frage mich beim Lesen dieses Buches, ich meine auch, wenn du das jetzt so betonst, also klar stimme ich dir zu, dass ja die ökonomische Bewertung von formeller kapitalistischer Ökonomie zentral ist für Kapitalismus. Gleichzeitig gibt es ja immer auch diese reaktionäre Frauenpolitik. Also die... Was meinst du mit, sag mal ein Beispiel? Naja, also wenn der Papst davon spricht, dass das größte Massaker das ist, was jetzt mit der Abtreibung geschieht. Mich interessiert jetzt, welche Bedeutung diese konservative oder reaktionäre Politik gegenüber Frauen spielt. Ja, weil, weißt du, das ist ja ein konstanter Bestandteil, Familienpolitik, Kinderpolitik. Also diese Art der Praxis, ja, der Unterwerfung, der Verfügung, das wird ja ständig selbst reproduziert und erneuert. Das heißt, die Frauen sind ja nicht einfach beschwiegen oder nicht vorhanden, sondern sie sind ja ständig Gegenstand einer Politik. Und deine Beispiele mit den Medien sagen das ja auch. Das ist ja eine ständige Praxis, mit der daran gearbeitet wird, wie über Frauen verfügt wird. Ja, also das hat mich jetzt interessiert, welches Gewicht du dem beimessen würdest. Also es gab einen Punkt, wo uns Frigga erstmal alle auch konfrontiert hat und damit sagt, naja, der konservative Zugang ist ja zu sagen, wir tun einfach so, als ob wir die Sphäre des Eukos einfach mehr wertschätzen und weisen sie aber weiter den Frauen zu. Der Ansatz, den es in der DDR im Staatssozialismus gab, den ich noch als Kind und Jugendliche erlebt habe, war es vollkommen klar, die Erwartungshaltung ist, dass Frauen gleichermaßen in der Erwerbsarbeit sich einbringen und dort ihre Frau stehen. Aber die Verteilung der Reproduktionsarbeit, es wurde zwar einiges gesellschaftlich über Kitas und so weiter aufgefangen, aber das, was es trotzdem in den Familien gab, wurde immer noch überproportional von den Frauen weggetragen. Und jetzt kann man sagen, dass beide Ansätze ihre Schwäche haben. Also für mich war das super, mit der Selbstverständlichkeit groß zu werden, dass man als Mutter auch berufstätig ist. Und zugleich fand ich, solange das heißt, dass Frauen sozusagen überall das Doppelte und Dreifache wegtragen, ist es immer nur eine Entscheidung, wo man gerade schlechtes Gewissen hat, entweder auf der Arbeit oder in der Familie. Und dass man aus so einer unproduktiven Frontstellung, die immer auf dem Rücken, auf dem Herzen und in den Köpfen dann auch der weiblich gelesenen Person ausgetragen wird, dass man von der wegkommt und sagt, wir müssen hin zu einer Politik von Frauen für Frauen und Männer gleichermaßen. Und das heißt, es braucht eine Umverteilung der Tätigkeiten, die wir haben. Wir haben ja bisher nur über Produktion im Sinne Erwerbsarbeit gesprochen und Reproduktion. Das ist ja eher so sozialistische Terminologie. Man kann das auch übersetzen für Leute. Eher so Familienarbeit. Familie muss ja nicht der kleine, enge. Produktion des Lebens. Ja, Familienarbeit muss ja auch nicht der kleinbürgerliche Begriff sein. Man kann ja Familie ganz weit fassen als Wahlverwandtschaften, Nachbarschaftshilfe, Kommunen, Communities, in denen man ist. Das sind ja nur zwei Bereiche. Sie macht ja dann vier Bereiche sogar auf. Aber erst mal, wenn man über die Ungerechtigkeit der Verteilung zwischen männlich gelesenen und weiblich gelesenen Personen spricht, dann würde ich sagen, ist es schon die ungerechte Verteilung der Familien, der Sorgearbeit, der Reproduktionsarbeit, die überproportional von Frauen weggetragen wird. Sowohl der bezahlte Teil, der in der Regel schlecht bezahlt wird, als auch der unbezahlte Teil, der zum Großteil immer noch von Frauen weggetragen wird. Und wie ist das Thema für dich mit der Arbeitsteilung, gesellschaftliche Arbeitsteilung, ist ja ein wichtiger Begriff, ja, in der Argumentation von Fricka Haug, weil das, was du ja ansprichst, ist ja genau diese geschlechtliche Arbeitsteilung, die Arbeitsteilung, die dann auch den Bereich Politik von der Ökonomie betrifft und so. Es gibt ja verschiedene Arbeitsteilungen. Ja, genau. Das hatten wir auch in der Präambel, als damals das Parteiprogramm neu geschrieben wurde. Es ausgehend von der Gruppe der Dialektikfrauen alternative Präambel geschrieben wurden, die von den verschiedenen Arbeitsteilungen ausgingen. Also auch Teilung zwischen Hand- und Kopfarbeit, die Teilung zwischen Nichtarbeit und Arbeit, Besitz, Nichtbesitz und halt zwischen Geschlechtern. Und jeweils diese Teilung zu überwinden, ist die große Vision. Na, sag mal, wie? Ja. Ich meine, also die Transformationsfrage. Naja, also da muss ich sein, das war ein Punkt, wo es unter uns in der Dialektikgruppe auch heftigste Diskussionen gab, weil ich bin ja auch geprägt durch meinen Lebensweg und meine Aufgaben immer, wollte immer, dass wir die große Idee der 4 in 1 Perspektive, dass wir die in Projekte, in Brückenprojekte übersetzen und habe dann Vorschläge gemacht. Und die waren Fricka, sie ist ja dann doch eher Theoretikerin, waren die immer nicht weitreichend genug und zu reformistisch und so weiter. Aber es kam dann auch nicht so ganz so viele Alternativen. Also das ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, daran muss weiter diskutiert werden. Ich sag mal, was ich ins Gespräch gebracht habe. Also das Erste, was ich fand, natürlich, das ist jetzt meine Beobachtung, wenn das auch Paare, die bisher gleichberechtigt womöglich sich Arbeiten aufgeteilt haben, mit dem ersten spätestens, mit dem zweiten Kind gibt es wieder einen Rückfall in klassischere Muster. Also deswegen habe ich gesagt, alle staatlichen Familienleistungen müssen so ausgerichtet sein, dass es eine klare Belohnung für eine paritätische Aufteilung der Erziehungszeit gibt und dass es auch ein Ausgleich, also dass das auch entsprechend finanziell abgesichert wird. Nicht, dass das was ist, was man sich leisten können muss. Aber in die Richtung geht das doch auch? Am Anfang, also das Elterngeld war am Anfang schon noch so, dass es trotzdem attraktiver war, wenn der Besserverdienende, also dass man sich das leisten können musste, dass der Besserverdienende zu Hause bleibt. Gerade so für Familien, die jetzt nicht ganz so dicke es hatten, aber auch nicht ganz unten sind. Und habt ihr das in die beruflichen Dimensionen hinein? Weil oft ist es ja auch so, dass die Männer dann auch von ihren Chefs sanktioniert werden und gesagt wird, wenn sie das machen, dann... Genau. Und das nächste wäre genau die Frage der Regulierung, dass man hier ganz klar sozusagen Rechte der Beschäftigten einräumt. Also erstens entsprechend Sozialleistungen so auszubauen, dass das eher ein Plus ist. Dann natürlich klare Rechte auch sozusagen dann in die gewerkschaftlichen und Beschäftigtenkämpfe reinbringen. Und drittens ist es schon auch eine Frage, was sind kulturelle Standards? Und da muss man manchmal auch mit dem Mittel des Shamings arbeiten. Ich bin dann zum Beispiel in Interviews, wo ich immer gefragt wurde, naja, wir haben ja ein kleines Kind, es wird noch gestillt und jetzt sind Sie in so einer führenden Position. Wie schaffen Sie das? Und ich konnte mich immer entscheiden, bin ich eine Rabenmutter oder bin ich eine schlechte Politikerin? Ich bin dann in die Offensive gegangen und habe gesagt, nicht ich muss mich entschuldigen, dass ich beides unter den Hut bringe, sondern wer vorgibt, dass er eine 80, 90 Stunden Woche nur eine Erwerbsarbeit oder eine Spitzenposition hat, der muss sich entschuldigen, weil das heißt, dass er ein Teil der Sorgearbeit einfach auf andere Leute abwälzt. Ist natürlich auch ein harter Vorwurf, aber es war bewusst, weil man es mal kommunikativ umdrehen musste. Und das heißt natürlich auch, dass sich Standards wie zum Beispiel im Managementbereich, das war jetzt nicht so mein Einflussbereich, aber auch im politischen Bereich, was da als selbstverständlich gilt, wie man das umdreht. Ich meine, es gibt ja gerade so viele Entwicklungen, die total frustrierend sind. Der Rechtsruck, wo stehen fortschrittliche Kräfte gerade weltweit und so weiter. Also es gibt ja Anlass zu Sorgenfalten, gibt es ja genügend. Aber ich will sagen, gerade in dieser Frage Kämpfe um Zeit, aber auch, was sind so Selbstverständlichkeiten, ist einiges passiert. Weil ich habe ja am Anfang erzählt, was so in Artikeln über mich geschrieben wurde. Als ich dann 20 Jahre später in dieselbe Redaktion bin, haben mir junge, männlich gelesene Redakteure, die alten Artikel rausgeholt und von sich aus, ich habe keinen Mucks gesagt, die gesagt, also wir müssen uns mal entschuldigen, was damals für ein sexistischer Kram in unserer Zeitung geschrieben wurde. Also da ist was passiert. Oder auch, was die Selbstverständlichkeiten anbelangt, dass zum Beispiel heutzutage Personalmanager wissen, die junge Generation beim Einstellungsgespräch, die fragt erst mal, wann sie das nächste Sabbatical machen kann. Wie habt ihr das diskutiert oder ist das diskutiert worden? Weil ich finde, also einerseits erlaubt das Buch von Geschlechterverhältnissen so zu sprechen, dass auch Männer im Geschlechterverhältnis erzeugt werden, produziert werden als Männer. Also es ist sozusagen keine Naturalform, sondern auch das ist ja eine historische Überformung von bestimmten Merkmalen, Eigenschaften. Aber das würde ja eigentlich erlauben, auch wirklich ganz neuartige Bündnisse zu ermöglichen, weil es ist ja, Männer machen Gewalterfahrung und zwar sehr viel Gewalterfahrung, die ja nicht erfreulich sind für die eigene Biografie. Männer müssen auch eine bestimmte Art und Weise der Praktiken als geschlechtliche Individuen entwickeln. Ich habe in dem Buch diese Stellen gelesen, wo Frigga schildert, wie ihre Tanzstundenerfahrungen waren. Ich könnte das exakt genauso als junger Mann, ja sagen, wie ätzend das war. Echt? Ich fand Tanzstunde total schön. Nein, ich fand Tanzstunde ganz toll, aber bestimmte Situationen, also dass man dann eben losflitzen muss, die Partnerin für den Mittelball oder Abschlussball zu finden und wo man denkt, wie blöde ist das? Ja, also weil da passt alles nicht, ja? Und ist man, wählt man richtig und was ist die, ja? Und wie wird man angesehen und so? Auch da kann ich sagen, ist die Berliner Tanzszene, ob Swing oder Tango und Zwischenweiter, da gibt es den Grundsatz, jeder kann führen, jeder kann folgen. Das wird nicht mehr von Damen und Herren gesprochen, sondern nur noch Followern oder wer gerade den übernimmt. Also wollte man sagen, einiges kommt in Bewegung, auch wenn noch verdammt viel zu tun ist. Ja, ja. Aber vielleicht nochmal, weil wir jetzt ständig, ja genau. Ja, genau. Weil wir ja jetzt auch immer über Männer und Frauen oder männlich und weiblich gelesene Personen sprechen, also was ist eine Selbstverständlichkeit, aber ich erwähne sie nochmal, wir hängen natürlich nicht der Zweigeschlechterordnung an, sondern wissen, dass die nicht haltbar ist und dass es ganz viele Formen gibt, die nicht dazwischen passen und auch gar nicht passen müssen und so weiter. Was man aber, damit man auch analytisch sauber ist und im Alltagsverstand ankommt, deutlich machen muss, ist, dass die klassischen Zuteilungen der Arbeitsfelder halt sehr stark überformt sind und immer mit dem Konzept, dass es eher, wird eher als männliche Arbeit oder männliche Zuständigkeit gelesen oder eher als weibliche Zuständigkeit gelesen. Dann gibt es immer tausend, also gibt es immer tolle Ausnahmen. Ja, man kennt selber, als wir darüber diskutiert haben, viele, die das nur konnten, weil da zu Hause gerade die Arbeitsverteilung anders war in der Gewichtung und so weiter. Aber natürlich war die Analyse nicht zu sagen, die einen sind die Guten oder das Opfer und die anderen sind die Bösen, sondern wir sind ja Produkt der gesellschaftlichen Verhältnisse, die sozusagen beiden Seiten Gewalt antun. Und wo es unsere These war zu sagen, alle profitieren davon, wenn diese Zuteilung, wenn die aufgehoben wird. Und das beginnt natürlich bei einer eigenen Praxis und erfordert aber auch andere Strukturen, eine andere Arbeitswelt, eine andere Regulierung, andere Steuersysteme. Ja, naja, ich könnte mir schon noch weitergehende Schritte in der Überwindung von kapitalistischen Mustern vorstellen. In dem Buch spielt ja Geschlecht, ist ja klar, ist ja zentral, Frauen, Männern. Und dann wird ja auch da gesagt, dass es nicht darum geht, jetzt diese beiden Geschlechtidentitäten sozusagen fix zu betrachten, sondern es ist ja ein Produktionsverhältnis, durchzieht alle Bereiche. Also es orientiert sich nicht an diesen naturalen Merkmalen. Gleichzeitig spielen viele Aspekte dessen, was wir so als queer bezeichnen. Ja, spielt da gar nicht rein. Ich meine, die Texte sind ja über mehrere Jahrzehnte entstanden und zusammengestellt worden. Aber ich finde, das würde mich interessieren. Wie kommt das rein, aus deiner Sicht? Ich kann ja immer sagen, wir hatten ja einmal im Jahr immer ein Seminar, wo wir wirklich intensiv mehrere Tage am Stück gearbeitet haben. Dann gab es die verschiedensten Anlässe, Frauenpläne etc., wo wir uns getroffen haben und diskutiert haben und davon ausgehend dann wieder auch im linken Umfeld in Sachen angeschoben haben. Und da war sozusagen alles Vertreter von Queer-Feminismus. Aber was ich vorhin schon mal versucht habe zu erklären, ist, wenn die Analyse ist, die Arbeitsteilung ist sozusagen tief eingeschrieben in kapitalistische Produktionsweisen, aber eben in einer klaren Zuordnung jeweils, was wird männlich gelesen, was wird weiblich gewesen. Und wenn man da rangeht, ist es, um es sprechbar zu haben und verständlich zu haben, glaube ich, ist das dann der zentrale Punkt. Und das meint dann eben nicht die Frauen als biologisch festgeschrittene Kategorie, sondern als gesellschaftlich Konstruierte. Und ich fand ganz stark ein Satz bei ihr ganz am Ende von dem Buch, da sagt sie, Arbeitsteilung wird eine Frage der Gerechtigkeit und eine der Vielfältigkeit. Also ist genau der Punkt drin, dass diese Dimension ist drin. Sie verwendet nicht unbedingt die Buzzwords für die Community, aber es ist, finde ich, ganz klar strukturell da angelegt, das zu benennen. Nein, das ist gut. Das ist ein schöner Hinweis, weil ich hätte nämlich sonst auch noch mal gefragt nach diesem Problem der Gleichheit. Sie bezieht sich ja sehr empfartig, wenn man so will, auf die Norm der französischen Revolution. Freiheit, Gleichheit, Solidarität und dann fasst sie zusammen Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit als die Norm, die diese Vier-in-Eins-Perspektive gewährleisten soll. Also das zusammenführt unter neuen Blickwinkeln. Nun ist aber gerade Gleichheit auch, finde ich, ein problematischer Begriff, weil dieser Begriff ja genau unterschiedliche Lebensentwürfe, Praktiken vereinheitlicht. Es ist ja diese bekannte Überlegung, ja, also das Gesetz, was regelt, dass niemand unter der Brücke schlafen darf, betrifft ja Menschen sehr unterschiedlich. Obdachlose sind davon anders betroffen als Menschen mit einer großen Wohnung. Und das ist ja das, was Marx schon an dem Gleichheitsbegriff immer genervt hat, ja, dass eben diese Formalität so ein bisschen ein Problem ist, ja. Und insofern finde ich jetzt ganz schön mit dieser Stelle, dass eben Verschiedenheit auch reinkommt. Also Gleichheit würde ich aus zwei Richtungen hinterfragen. Das eine ist, es klingt manchmal mit, auch wenn es nicht so gemeint ist, ein bisschen von Gleichmacherei. Das ist ja auf keinen Fall gemeint, weil Gleichheit, würde ich immer sagen, ist nicht die Gleichheit am Anfang. Alle haben dieselbe Startlinie und haben damit theoretisch dieselbe Chance, immer anzukommen. Aber wer kürzere Beine hat, schafft es vielleicht nicht ganz so schnell oder jemand, der im Rollstuhl sitzt, wie jemand, der sozusagen voller Muskeln ist und gut trainiert ist, sondern eher die Gleichheit im Ergebnis. Das ist ein anderes Gleichheitskonzept. Deswegen muss man immer hinterfragen, was damit gemeint ist. Aber das finde ich, das ist ja eh nicht gemeint, dass jetzt alles gleich und normiert sein muss. Und der zweite Punkt ist, dass halt Gleichheit nicht heißen darf. Gleichheit in den Ausgangsbedingungen, also alle haben dieselbe Startlinie und nur theoretisch dieselbe Chance, am Ziel anzukommen. Ja, das wäre ein liberales Konzept letztlich. Genau, sozusagen so. Sondern ja, schon ein neoliberales, ihr dürft alle gleich zum gleichen Zeitpunkt starten, sondern dass alle, die immer und zu jedem Zeitpunkt die gleiche Möglichkeit haben, auch im Ergebnis. Ja, ich würde gerne nochmal, weil ich finde das eben interessant, diese Frage der Transformation, der Brückenvorschläge. Letztlich geht es ja auch darum, wie führen wir diese Bereiche zusammen? Das findet ja unter dem Begriff der Gerechtigkeit statt. Man kann das anders machen, eine andere Form der Arbeitsteilung. Aber das scheint mir eigentlich eine der weitreichendsten Aspekte der ganzen Argumentation zu sein. Denn, wie kann man sagen, die großen Gesellschaftstheorien, also Habermas, Luhmann, viele andere Paare, also bewegen sich ja alle in die Richtung zu sagen, wir dürfen diese Art von Ausdifferenzierung auf keinen Fall zurücknehmen. Der ganze Fortschritt der Moderne hängt daran, dass eben Ökonomie, Politik, Erziehung, Liebe, Familie, das alles voneinander getrennt ist und alles nach eigener Rationalität funktioniert. Und das macht uns kaputt. Das ist genau das, was alles zerstört. Ja, das ist ja die Systemtheorie, aber die ist ja zum Glück weiterentwickelt worden durch die kritische Systemtheorie. Ach, daran glaube ich nicht. Doch, 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 doch. Nein, daran glaube ich nicht. Da bin ich schwer davon überzeugt. Aber gut, das ist eine Theorie, die uns von Fricka wegführt. Genau, das führt ja wirklich weg davon. Wie ist denn Ihre Antwort? Weil sie sagt ja, sie möchte das gerne, also deiner Meinung nach, sie möchte das gerne zusammenführen. Das kann ja jetzt auch eine Antwort aus der kritischen Systemtheorie sein, aber wie… Hast du die nicht Frickas angelegt? Nein, nein, das ist klar. Aber die Frage ist ja tatsächlich, wie wird so eine Art von Ausdifferenzierung und Arbeitsteilung jetzt auch mit solchen Vorschlägen der, also Brückenkonzepte, Transformation? Also, was in die vier in einem Perspektive ganz klar eingeschrieben ist, dass die vier Tätigkeitsbereiche, vielleicht nennen wir sie hier nochmal, also und zwar, sie sind nicht hierarchisch geordnet. Da ist erstens Erwerbsarbeit, zweitens Reproduktion oder Sorgearbeit, drittens die politische Einmischung und viertens die Beschäftigung mit Kunst, Kultur, Kreativität, die eigene Weiterentwicklung, aber immer auch mit einer kritischen Dimension, die eigene Urteilskraft weiterentwickelnd gemeint. Und die sollen halt nicht abgeschlossen als vier unabhängige Systeme nebeneinander stehen, sondern es geht immer darum, das miteinander zu verschränken. Dass man also nicht irgendwie so nach dem Motto, ein Viertel der Woche bin ich super kritisch, ein Viertel bin ich super liebevoll zu Hause, ein Viertel auf Arbeit funktioniere ich wie ein Rädchen und bin total unkritisch, so nicht, sondern dass es immer auch um eine Verschränkung geht. Aber wie kommen wir da hin? Genau, das ist die Frage aller Fragen, das war immer meine Funktion, das zu stellen, weil was natürlich erstmal ist, die große Stärke von Firmen ein ist, du knüpft an etwas an, wo, also man muss weder Luhmann noch die aktuelle kritische Systemtheorie gelesen haben, noch, man muss noch nicht mal Frigga Hauk gelesen haben, um zu verstehen, irgendwie gibt es da ein Problem, das ist komisch verteilt, ich komme nicht hinterher, überall wo ich bin, bin ich gestresst. Also da ist ein, es ist im Alltagsbewusstsein ein Unbehagen, was sofort versteht, was als Problem gemeint ist. Und das macht jetzt aber nicht, alles wird schlimmer und deswegen müssen wir jetzt irgendjemandem was ganz Böses tun, damit wir uns besser fühlen, was ja eher so eine rechte Antwort wäre, sondern es macht eine Vision auf, wo auf einmal im Kopf, was passiert, Wahnsinn, wenn das möglich wäre. Und sofort, wo man diese Vision aufkommt, kommt natürlich auch eine Blockade, weil man sich vorstellen kann, mein Gott, so wie mein Lohn ist, das geht ja gar nicht, wenn ich jetzt bloß 20 Stunden die Woche arbeite oder, oder was denn jetzt, soll ich wirklich ein Viertel meiner Zeit mit Politik verbringen, das ist ja schrecklich, ja, wo ich alle Formen von politischen Engagement als eine Zumutung empfinde und, und, und. Also man merkt, dass sich in jedem Bereich eigentlich Dinge verändern müssen. Und das, würde ich sagen, ist das Prozesshafte daran, nämlich, dass die Menschen immer sofort merken, was stört mich daran, aber die Vision ist so schön, dass es womöglich Freude macht, daran gemeinsam weiterzuarbeiten. Ja, ich finde, das ist eine schöne Vision, von der Vision zu sprechen, ja, und diese Möglichkeiten der neuen Organisation unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens, in der wir nicht die einzelnen Bereiche so gegeneinander ausspielen müssen und damit sozusagen ständig das Gefühl des Ungenügenshabens, ja, des Unterdruckseins, eine Erfahrung, die Fricka Haug ja auch in dem Buch immer wieder anspricht, ja, also auch gerade im politischen Engagement, dass es darum geht, eben neue Anordnungen, Grenzüberschreitungen vorzunehmen, die uns erlauben, das neu zu arrangieren, neue Möglichkeiten. Ja, ich finde, das ist eine gute Aussicht. Vielen Dank, Katja. Gerne, und Grenzüberschreitung ist ein super Stichwort, weil ein weiteres Buch von ihr heißt ja Der Weg entsteht beim Gehen. Und das heißt, wenn wir jetzt noch nicht den fertigen Weg eingezeichnet haben in unserer Wanderkarte Richtung Zukunft, das kann gar nicht sein, weil Das werden wir beim Gehen. Das werden wir beim Gehen uns schaffen müssen. Sehr schön. Sehr schön. In einer offenen Zukunft hoffentlich, die ja gerade, wenn man so sieht, an vielen Punkten so verstellt wirkt. Aber eben, genau, vielleicht tun sich da doch immer wieder neue Dinge auf. Ja, vielen Dank. Gerne. Ja, fürs Gespräch. Ja, fürs Gespräch.